Na klar, jetzt waren wir nur unter Wasser, ist klar, man sieht jetzt nicht viel. Okay, jetzt kommen wir jetzt zum Kackahäuschen. Jetzt sehen wir, dass wir raus ins Klammeln, ganz kurz gegen den Waden, da sind wir schon. Speicherpunkt, nicht vergessen. Ja, jetzt hab das dann mit dem Zentrum rein gefährt, also da hinten, das ist schon mal das Zentrum. Ich hab nicht mal ein richtiges Zentrum, okay, für das Spiel ist da, wo die Leute genügend hinwollen, das Zentrum nach der Zeit. Ja, jetzt sind wir schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, da kann ich mal... Jetzt mal hinterziehen... ZDF für funk, 2017 Okay, hier oben würde ich nie gerne im Hotel schlafen, aber... Ja... Okay, das sind ja keine Hotels, was ich jetzt gerade einzeichnen... Das sind ja Gewerbe... Also Industrie hier... Und da kommt schon wieder ein Flugzeug... Ich denke mal, was wichtigste hier oben ist... Ja... Was so... Ich lass mich auch... Das ist ein Krankenhäuser. Einfach mal die Schuhe nach oben knallen. 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 So, das was ich testen kann ich mal mit dem Modus. Machen wir mal die Friedhöfe abgucken ganz kurz mal. Machen wir mal die Schuhe nach oben knallen. Klar war schon ein paar Friedhöfe zu viel, aber mehr ist zu wenig. Der Grund ist, sieht man hier hinten. Und da. Da kann ich hier auch noch ein Friedhöfe von setzen. Und es sicher zu finden mit dem Krematorium dazu. So. Ich baue es genau da immerhin. Und da kann ich noch was gucken. Hier bleibt der Grüne Boos. Gelb ist auch gut, aber nicht so extrem. Ich will einen kleinen Kassenstoff machen. U-Bahn gar nicht so, Straßenbahn auch so, lalala. U-Bahn doch, okay, Monorei mache ich schon ein bisschen. Ach, schon mal zu Berlin als Flugzeug. Gut, er hat sich auch schon mal gut eingelebt hier, so dass die hier wenigstens auch schon mal ihr Geld verdient. Also die Streckenflüge sind komisch. Mal gucken. Jetzt aber mit einstarten im Flugzeug mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch gefallen. Und wir werden das nächste Mal wiedersehen bei City Skylines. oder egal was ich mache. Dann haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.